Wenn ich mit dem Texteditor arbeite, dann kann ich hier im Bild an eine Stelle klicken, wo ich den Text genau hinhaben möchte. Und wenn ich dann zu schreiben beginne, dann sieht man schon auf der rechten Seite, hier ist eine neue Ebene entstanden. Das heißt, der Text ist nicht auf dem Originalbild zu sehen, sondern auf einer anderen Ebene. Das heißt, man muss sich das so vorstellen wie eine Klarsichtfolie, die man hier dann drüber legt. Wenn man den Text markiert, kann man den auch entsprechend dann auch größer machen. Man hat hier noch andere Einstellungen, also ich kann jetzt hier nochmal die Schriftart ändern. Ich kann die Farbe entsprechend abändern. Ich kann sagen, ist das Ganze linksbündig, rechtsbündig oder zentriert. Ich kann auch sagen, Fett, Kursiv, Unterstrichen, Durchgestrichen. Und wie gesagt, wenn ich hier mich verschrieben habe, Fehler habe, was auch immer, oder ich möchte die Schrift gar nicht haben, dann kann ich diese Ebene wieder löschen und das Originalbild ist hier nicht zerstört. Ja, ich kann auch Text an einem Pfad ausrichten. Also wenn ich jetzt hier entsprechend einen Text eingebe, schauen wir mal wieder dieses schöne Landschaft, das man jetzt nicht sieht. Schriftfarbe sollte nicht weiß sein. Und okay, jetzt habe ich hier die Landschaft. So, und das wird auch entsprechend hier auf einer Extra-Ebene dann ausgewiesen. Das wissen wir ja schon. Und auf der Hintergrund-Ebene können wir jetzt einen entsprechenden Pfad zeichnen. Also Design. Und hier kann man entsprechend diesen Pfad entsprechend formatieren. Okay, jetzt habe ich hier so einen Bogen. Und jetzt kann ich sagen, Text am Pfad entlang. So, und jetzt habe ich hier entsprechend diesen Text am Pfad entlang. Jetzt sind natürlich an jeden Ecken, an allen Ecken der Buchstaben, habe ich jetzt solche Ziehpunkte. Sobald ich aber ein anderes Werkzeug auswähle, habe ich die entsprechenden Buchstaben wieder ersichtlich. Und ich kann, sobald ich hier auf das Pfadewerkzeug wieder gehe, kann ich hier natürlich auch entsprechend, je nachdem, was ich hier auswähle, kann ich hier die Schrift dann nochmal etwas verändern. Sobald ich in einem anderen Werkzeug drin bin, dann habe ich das wieder ohne diese Ziehpunkte.